Parivrita Ardha Bhada Padma Paschimottanasana ist die drehende halbe Vorwärtsbeuge im halben gebundenen Lotus. Vom langen Sitz ausgehend ein Bein gestreckt, andere Fuß auf dem Oberschenkel von hinten an den Fuß fassend und die andere Hand fasst du an die Innenseite des Fußes und drehst dich dann entweder hoch zur Decke, wenn du den vorderen Ellbogen beugen kannst. Oder es gibt die andere Variation, du hältst den vorderen Arm gestreckt, richtest dabei den Rumpf etwas auf und versuchst dich noch stärker zu drehen. Also du kannst auswählen, willst du weiter in die Drehung gehen, dann hältst du den Rumpf höher oder willst du weiter in die Vorwärtsbeuge gehen, dann gibst du den Rumpf weiter nach unten und versuchst den Ellbogen an die Innenseite des Knies auf den Boden zu bekommen. Das sieg an die Innenseite des Knies auf den Boden zu bekommen. Und das ist die Rumpf höher. teams in der Fall bear mit einer Kode verabschiedung von der Mittal. Einerseits sind die Rumpf höher.